Hallo Kackbratzen! Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch, die heute auch noch gerne Point-and-Click-Adventures spielen, auch im goldenen Zeitalter dieses Genres aufgewachsen sind. In den 90er Jahren gab es eine Unmenge an diesen Spielen. Nicht alle waren gut, aber trotzdem gibt es auch Perlen, die irgendwie im Laufe der Zeit verloren gegangen sind, die wir hier an dieser Stelle sicherlich noch ausgraben werden. Heute allerdings gibt es um ein weiteres Adventure aus dem Hause LucasArts, das mit einem weitaus dreckigeren Look, einem kernigen Hauptdarsteller und einer beinharten Story daherkommt. Full Throttle war das erste Spiel, das Tim Schäffer quasi im Alleingang entwickelte, nachdem er seine großartigen Projekte Monkey Island 1 und 2 sowie Day of the Tentacle beendete. So übernahm er für dieses Projekt nicht nur die Rolle des Projektleiters, sondern war auch Hauptautor, Designer und kümmerte sich um diesen köstlichen Kaffee, der so stark ist, dass der Löffel beim Umrühren stecken bleibt. In das Spiel steckte man auch so ziemlich alles rein, was die damalige Technik unterstützte. Die Grafik machte im Vergleich zu den vorherigen Titeln einen mächtigen Schritt nach vorne und so gab es nun zum Beispiel auch Fullmotion-Animationen, die man uns auf die Netzhaut zauberte und neben einem fantastischen Rock-Soundtrack glänzt in Full Throttle auch das phänomenale Voice-Over. Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Als das Spiel allerdings 1995 veröffentlicht wurde, merkte man schon die ersten Anzeichen der Adventure-Games-Müdigkeit, die sich unter den Spielern breitmachte. Sam & Max sowie das exzellente Day of the Tentacle waren allesamt Publikumslieblinge und auch bei den Kritikern wurde die Spiele hochgelobt. Was leider dazu führte, dass auch andere Entwickler versuchten vom Kuchen ein Stück abzuhaben und somit begannen, den Markt mit drittklassigen Adventures zu überfluten. Full Throttle war allerdings auch nicht ohne Probleme. Es war tendenziell kürzer als andere LucasArts-Adventures, die Rätsel waren billiger und die absolut schrecklichen Action-Sequenzen führten manchmal dazu, dass man mit Schmackes die Tastatur auf dem Schreibtisch zerschälen lassen wollte. Es war kein schlechtes Spiel und es ließ sich auch mit über eine Million Einheiten, die über den Ladentisch gingen, ziemlich gut verkaufen. Aber trotzdem zeichnete sich das Ende des Adventure-Genre ab. Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Gut 22 Jahre später gab es dann ein Remaster, das den guten alten Charme wiederbelebte, da man auch versuchte dem Original so gut es ging treu zu bleiben. Das Konzept von Full Throttle entstand bereits nach der Veröffentlichung von Day of the Tentacle im Jahr 1993, denn LucasArts wollte ein Spiel entwickeln, das das Genre wiederbeleben und natürlich dem Unternehmen einen finanziellen Erfolg bescheren könnte, nachdem die Monkey Island-Reihe kommerziell nicht gerade das gelbe vom Ei war. LucasArts wollte zu Beginn, dass Tim Schäffer und David Großmann wieder gemeinsam ein Spiel im Monkey Island oder Maniac-Menschen-Universum entwickeln, doch Tim Schäffer machte den Vorschlag, dass er ganz alleine ein Konzept für eine komplett neue Serie entwickeln wollte. Unter seinen Vorschlägen gab es Konzepte für ein Spionagespiel, ein Spiel im Day of the Dead-Universum und letztendlich ein Spiel, das im Biker-Milieu angesiedelt war, aus dem dann schließlich Full Throttle wurde. LucasArts hasste zu Beginn diese Idee, doch nachdem Schäffer versichern konnte, dass man mit absoluter Sicherheit ein kommerziell erfolgreiches Spiel erwarten darf, gab man im Projekt grünes Licht und gleich auch noch ein Budget von 1,5 Millionen US-Dollar. Die Idee zu Full Throttle kam Schäffer, als er in Alaska in einer Bikerbar den Geschichten der anwesenden Reisenden lauschte. Während er zuhörte, kam ihm der Gedanke, dass Biker im Grunde sowas wie Piraten sind, nur mit einer anderen Kultur, die aber trotzdem ihren eigenen ganz bestimmten Regeln folgt. Laut Schäffer lebt Full Throttle auch von dem heimlichen Wunsch des Spielers schon immer mal ein harter, cooler Biker zu sein. Nachdem Schäffer auch Hunter S. Thompsons Buch Hells Angels gelesen hatte, sollte das Spiel auch eine Sequenz beinhalten, in der der Hauptdarsteller einen durch Pechote ausgelösten, halluzinogenen Trip durchmacht. Diese Idee hat man allerdings wieder aus dem Spiel gestrichen. Das Setting des Spiels wird oft als postapokalyptische Welt angesehen, allerdings sollte es laut Schäffer nur eine alternative Welt sein, die nur etwas trostloser ist als unsere eigene. Unter der Haube werkelte abermals die Scum Engine, allerdings fügte man die insane genannte Animation Engine hinzu, die auch schon bei Star Wars Rebellous Soul 2 zum Einsatz kam, um die vielen Full Motion Videos in Full Throttle zum Laufen zu bringen. Wer Full Throttle bislang noch nicht gespielt hat, was ich mir allerdings nur schwer vorstellen kann, der darf sich auf ein düsteres und leicht humorvolles Wildwest-Abenteuer freuen, das in einer nahen Zukunft angesiedelt ist. Allerdings haben wir es im Spiel nicht mit Cowboys zu tun, sondern mit diversen Biker-Gangs, die dafür kämpfen, auch in Zukunft noch fest in ihren Satteln sitzen zu dürfen, während ein neuer Technologie-Gigant mit seinen Hover-Autos sie von der Straße fegen möchte. Unser Protagonist Ben ist der John Wayne der Zukunft. Er ist knallhart, hat aber auch immer den passenden Witz parat, wenn es der Moment erfordert. Nein, sie hat einen Schraubenschlüssel. Mit einer bunten Besetzung aus Nebencharakteren begibt er sich auf eine düstere Suche nach Rache und Erlösung, bei der er unzählige Male von seinem Moped gestoßen wird, sich absichtlich in Brand setzt und anderen Motorradfahrern konzentrierte Kacke ins Gesicht wirft. Dabei beginnen die ersten Minuten des Spiels noch einigermaßen ruhig, aber die Kacke beginnt mächtig schnell zu dampfen. Ich kenne Ihren Plan, Ripburger. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Corley Motors ist der letzte verbleibende Motorradhersteller des Landes, der sich gegen die aufstrebenden neuen Hover-Cars verteidigen muss. Es steht vermutlich eine feindliche Übernahme durch den Hover-Car-Hersteller Ripburger vor und so lädt Malcolm Corley, der Inhaber von Corley Motors, zu einer großen Versammlung ein. Auch der Vorschlag Ripburgers, eine Biker-Gang anzuheuern, die Corley zur Aktionärsversammlung begleiten soll, stinkt dem alten Mann und wittert Verrat. Ripburger wendet sich indes an unseren Titelhelden Ben, dem er das Angebot unterbreitet, Malcolm Corley mit seiner Moped-Gang namens Polecats zu begleiten. Doch auch Ben riecht die Kacke schon von Weitem und lehnt ab. Das schmeckt Ripburger allerdings überhaupt nicht und lässt Ben von seinen zwei Lakaien Bolus und Nestor brutal zusammenfalten. Als Ben wieder erwacht, erfährt er, dass man seine Gang ohne ihn zu dieser stinkenden Escort-Mission überredet hat. Damit nicht genug. Ben erfährt, dass Ripburger einen finsteren Hinterhalt geplant hat und so schwingt er sich auf sein treues Bike und versucht zu retten, was noch zu retten ist. Allerdings endet seine Aufholjagd in einem heftigen Unfall, da man zuvor sein Motorrad sabotiert hatte. Er kommt zu spät und kann das Arschloch Ripburger nicht mehr davon abhalten, den guten alten Corley zu töten. Das Fiese an der Sache ist, dass Ripburger die Biker für diesen heimtückischen Mord verantwortlich machen wird und so beginnt der wohl coolste Western-Road-Movie, den ihr wohl je gespielt habt. Du musst dich an ihm für mich rächen, Bam. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Und spielen lässt sich Full Throttle Kinder einfach. Wenn man mit der linken Maustaste auf ein Objekt klicken, wird die Hauptoberfläche angezeigt, die sich als ein attraktiver Schädel präsentiert, von dem aus die klassischen Aktionen wie Sehensprechen benutzen und so weiter ausgeführt werden. Der Schädel ist zwar eine deutliche Abkehr von der traditionellen Scum-Benutzeroberfläche, macht aber Spaß und verbraucht auch keinen aktiven Platz auf dem Bildschirm, was ein tieferes Eintauchen in das Abenteuer ermöglicht. Wie bei allen Abenteuerspielen dieser Ära kommuniziert man mit anderen Charakteren über einen Dialogbaum. Je nach Situation können Spieler neue Informationen entdecken oder die Handlung vorantreiben, indem sie aus einer Liste von Optionen auswählen. Bestimmte Szenen kommen erst voran, wenn man sich durch die richtige Kombination an Dialogen klickt. Hat man mal was in einem Gespräch vermasselt, beginnt man einfach wieder von vorne und versucht einen anderen Pfad. Diese Aussicht definiert wahre Schönheit. Es dauert vielleicht seine Zeit und man wird einige Dinge oft doppelt und dreifach hören, aber da muss man als Adventure-Fan einfach durch. Was den Stil und die Schwierigkeit der Rätsel angeht, werden die Aufgaben zu Beginn jedes Spielabschnitts zugewiesen. Leider werden diese Aufgaben so überbewertet, dass man sie sich genauso gut auf die Stirn tätowieren lassen könnte. Wie man die Aufgaben zu erledigen hat, muss man wie immer selbst herausfinden. Full Throttle hält einem bewusst nicht bei der Hand, denn schließlich spielen wir ja einen unerschrockenen Biker und so gabeln wir alle möglichen Gegenstände auf, die wir im Spiel so finden können. Die Rätsel sind weitgehend unkompliziert und konzentrieren sich auf das Einsetzen der aufgegabelten Items. Die Kombinationen sind aber weitaus nicht so absurd wie etwa in einem Monkey Island oder Day of the Tentacle. Einige Rätsel sind auch anspruchsvoller und erfordern ein gewisses Maß an Querdenken. Was mir aber jedes Mal das Genick bricht, sind diese unsäglichen Action-Einlagen. Ganz grausam sind dabei die äußerst beschissen umgesetzten Biker-Duelle. An sich ist es ja lustig in einem Kampf eins gegen eins mit diversen Waffen gegen einen anderen Biker anzutreten. Wie man aber diese Duelle umgesetzt hat, erzeugt leider entsetzliche Kopfschmerzen bis hin zu emotionalen Zusammenbrüchen. Etwas weniger schlimm und eigentlich auch mehr als witzig, aber technisch katastrophal umgesetzt, ist das Demolition-Derby, in dem Tastatur-Akrobaten ihre Kunst unter Beweis stellen können. Weit weniger Sodbrennen bereitet vielleicht das Remaster auf Konsolen und wer gar nicht weiterkommt, hatte auch immer die Option diese Kämpfe zu überspringen. Aber leider verpasst man einen eigentlich sehr unterhaltsamen Part des Spiels, der leider eher schlecht umgesetzt wurde. Das ist eine Explosion! Hab ich eigentlich schon erzählt, wie unglaublich gut das visuelle Design ist? Die Vielfalt der Szenarien reicht von trostlosen Wüstenlandschaften bis hin zu trostlosen Industriezonen. Und auch wenn alles so trostlos erscheint, wurde diese unendliche Trostlosigkeit so unfassbar glorreich und lebendig eingefangen, dass es eine wahre Pracht ist. Einige der Grafiken sind bemerkenswert, insbesondere die Nahaufnahmen von Fahrzeugen, obwohl die Charaktere im Vordergrund oft blockartig erscheinen, was allerdings mehr der Zeit geschuldet ist. Trotzdem kann man auch noch die kleinsten Details in den Haufen unzähliger Pixel erkennen. Auch die Animationen sind flüssig, was man jetzt von dem Remaster nicht immer behaupten kann. Und viele der Zwischensequenzen sind hervorragend umgesetzt und gaben den Ton für das gesamte Spiel vor. Das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Los, erledigen! Schnell! Hör zu, du machst einen großen Fehler. Es sind nicht nur die Charaktere, die mich fasziniert haben, sondern auch die Welt, in der das Spiel angesiedelt ist. Full Throttle nimmt großzügige Anleihen bei Mad Max und kreiert eine so dichte und teils düstere Zukunftsästhetik, die man zu dieser Zeit noch nicht gesehen hatte. Leider bietet die sechsstündige Laufzeit des Spiels nicht genug Raum für den Aufbau der Welt, aber selbst dieser kurze Blick ist voller faszinierender Szenarien und Kleinigkeiten, die voller Details sind. Da der Kunststil so perfekt und unerreicht für seine Zeit war, hatte ich wie immer Sorgen, dass das Remaster diesen Stil vielleicht zerstören könnte. Denn die Rauheit dieser Trostlosigkeit lässt sich vielleicht nur schwierig in ein neues glatteres Erscheinungsbild übertragen. Aber auch wenn die überarbeiteten Grafiken von Full Throttle Remastered nicht genau denselben Stil haben, fühlt es sich an wie ein frischer Anstrich, der von jemandem ausgeführt wurde, der weiß, wie man liebevoll mit Antiquitäten umzugehen hat. Strich für Strich wurde das Original detailgetreu übermalt und das Ergebnis kann fast nicht perfekter sein. Die Hintergründe sind wunderschön, die Charaktermodelle vermitteln eine begrenzte, aber kraftvolle Menge an Emotionen und die visuellen Gags treffen auch heute noch ins Schwarze. Es fühlt sich so an, als ob Full Throttle endlich den visuellen Feinschliff erhalten hat, den man dem Spiel schon 1995 geben wollte, aber aufgrund technischer Limitationen nie umsetzen konnte. Abgerundet wird das Ganze durch einen großartigen, sauber aussehenden neuen Kunststil und einen völlig neu gemasterten Sound. Wenn man bereits ein Full Throttle Fan ist, sollte man sich die Remastered Version schon allein aus diesem Grund nicht entgehen lassen. Und wem der neue Anstrich nicht gefällt, kann wie bei allen Remaster aus dem Hause LucasArts auf den alten Stil zurückwechseln. Und dieses Hin- und Herschalten kann eine enorme Befriedigung sein, da einem so unverblümt klar gemacht wird, wie weit wir seit den Tagen der gigantischen Pixel gekommen sind. Auch die Original-Synchro hat man beibehalten. Beim Helden Ben wären neue Aufnahmen auch nicht mehr möglich gewesen, da seine Stimme Roy Conrad leider im Jahr 2002 allzu früh von uns gegangen ist. Das Einzige, was mich bei dem Remaster stört, sind die Fehler, die sich bei der Portierung herauskristallisierten. Man hätte definitiv mehr Zeit für den Feinschliff verwenden müssen, denn bei einem Spiel, das vor mehr als 20 Jahren mehr oder weniger sauber lief, ich nun mit stotternden Szenenübergänge und starken Bildrateneinbrüche bei Action-Sequenzen konfrontiert werde, hätte ich jetzt nicht wirklich erwartet. Sehr schade ist auch, dass es niemals einen zweiten Teil gegeben hat. Dabei hatte man im Frühjahr 2000 tatsächlich mit der Produktion von Full Throttle 2 begonnen. Tim Schäffer hatte zu diesem Zeitpunkt LucasArts schon längst verlassen und so übernahmen Larry Ahern zusammen mit Bill Tiller die Leitung des Projekts. Die Geschichte hätte sich auf Bens Bemühungen konzentriert, den Plan eines Großkonzerns und des örtlichen Gouverneurs zu vereiteln, alle asphaltierten Autobahnen durch Schwebebahnen zu ersetzen und den Motorrad- und Lastwagenfahrern ihr letztes bisschen Asphalt und Lebensraum zu entziehen. In der Anfangsphase erhielt das Projekt positive Rückmeldungen von anderen LucasArts-Mitarbeitern. Doch laut Tiller scheiterte es schließlich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über den Spielstil zwischen dem Produktionsteam und einer besonders einflussreichen Person innerhalb des Managements. Das Projekt wurde somit eingestellt. Dann aber Mitte 2002 kündigte man mit Full Throttle Hell on Wheels erneut einen Nachfolger an. Allerdings sollte das Spiel mehr ein Action-Adventure werden, mit sehr starker Betonung auf Action und Kampf. Hell on Wheels hätte in El Nada spielen sollen, Bens altem Revier, dessen Straßen auf mysteriöse Weise zerstört wurden. LucasArts zeigt auf der E3 sogar einen kleinen Trailer und es gab sogar eine spielbare Demo. Doch auch diese Produktion wurde dem Erdboden gleichgemacht. Man hätte auch nie die Qualität des ersten Teils erreichen können, so LucasArts. Und da man die Fans nicht enttäuschen wollte, zog man dem Projekt den Stecker. Wenn ihr also noch nie das Original gespielt habt, dann holt euch wenigstens das Remaster von Full Throttle. Es hat durchaus seine Macken und es ist vielleicht auch nicht so charmant wie andere Adventures aus dem Hause LucasArts. Doch die Welt steckt so vieler wundervoller Details und auch die Story ist spannend genug, so dass man sich das Spiel einfach nicht entgehen lassen sollte. Full Throttle ist eine Kuriosität und ein Andenken an eine Zeit, als Spiele zum ersten Mal wirklich die 2D-3D-Grenze überschritten und daraus resultierend mussten auch die Entwickler neue Wege erforschen, wie man mit diesen Spielen interagieren muss. Das Endergebnis ist daher eindeutig. Das Original kann heute beim Spielen Schmerzen bereiten, aber man darf es sich trotzdem nicht entgehen lassen. Es bietet immer noch jede Menge Humor, exzellente Musik und eine Kulisse, die es verdient, noch einmal besucht zu werden. Es sind gut investierte Stunden und wenn man sich das Remaster holt, wird man das gleiche Spiel vorfinden, das man vor all den Jahren schon geliebt hat. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass dieses Remaster nicht so reibungslos und nahtlos flutscht, wie das Original oder das Remaster zu Monkey Island, das man wohl mehr Liebe spendierte. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Tritra 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 Tritra